Hollerü, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Habe ich im letzten Paar Zelda Picross gesagt? Das wird sehr... Ich weiß es nicht mehr. LOL Ich hab... Ich... Ich weiß es nicht. Habe ich es gesagt? 4, 5, 6, 7 Zack, eins, zack, eins. Okay, auf jeden Fall muss hier die 2 sein. Das kann weg. Das ist die 3 dort vorne. 1, 2, 3, 4, 5, zack, eins. Nein, okay, das geht nicht. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall irgendwie die 5. Das ist eine 1. Das kann doch eine 2 sein. Oder? 1, 2, 3, 4. Nee. Doch, das könnte passen. Wir wissen nicht, ob das hier vorne eine 2 ist. Tatsächlich. Das hier ist eine 6 irgendwie. 1 haben wir fertig. 3 muss irgendwie hier sein. Wie? Weiß ich nicht. Das ist ein schwieriges Ding gerade. Zack und... Ups. Zack. Äh, hier oben haben wir eine 2. Hier auch eine 2. Das kann schon mal weg. Äh, das ist die 2. Okay, dann haben wir hier die 2. 1, 1, 1. Sehr gut. Dann haben wir hier eine 1. Was für eine 1 wissen wir nicht genau. Ähm, das hier ist die 11 auf jeden Fall. Wissen wir nicht, ob die oben auch schon beginnt oder erst in dieser Reihe. Das kann man... Das kann ich nicht sagen. Das hier... Kann auch eine 1 sein. So rein logisch gesehen, weil hier noch die 2 hin kann. Und das auch von, ne, wenn hier die 2 ist, haben wir die 1 und die 2 hier weg. Das dürfte theoretisch funktionieren. Aber das hier ist doch passend, oder nicht? Okay, dass das hier gerade passend war, war Glück. Tatsächlich, okay. Gut, dann wissen wir natürlich, dass das hier die 2 ist. Ähm, wie hier noch eine 2 und hier unten noch 2, 2. Das weg. Das weg. Das weg. Wie hier die 4. Hier die 3 zusammenhängend. Die 4 haben wir hiermit auch weg. Äh, hier unten eine 1 und hier die 4. 2 1 sind weg. Äh, 6. Zack, 1. Hier muss auf jeden Fall noch eine 2 sein. Das heißt, das ist hier sogar die 2. Okay. Zack. 1, 1. Zack, 1. 1 hier weg. Das heißt, wir wissen, dass hier die 1 hinkommt. Das muss auf jeden Fall noch ein weiter nach unten gehen, tatsächlich. Die 3 haben wir hier auch. Okay. Hier haben wir eine 3. Und hier haben wir ja nur noch auf der Seite, ne? Zack. Die 1 sind weg. Das weg. 2 kommt hier hin. Das heißt, es muss irgendwie... ...ungefähr zusammenhängend sein. Oh, dann... Okay. Okay. Dann haben wir eine 1. 2 kommt dorthin. Die 1 kommt noch hier unten hin. Und da. Sehr geil. So, Leute. Ich muss einmal hier mal trinken. Das ist echt... Äh, farm. Um das ein guter Start ist, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist der Flieger auf meinem Bildschirm. Moment. Moment. Hätte ich meine Camern, würde ich euch jetzt zeigen, was für Fliegen ich meine. Aber die ist leider nicht an. Ich habe keinen Bock, die jetzt hier noch in die Szenen hinzufügen tatsächlich. Das wäre nervig. Das wäre echt nervig. Alter, ey. Ich weiß nicht, woher die kommen. Das ist halt übel dumm. Äh, wir haben noch... Immer 12, zwei Kreuze zwischen. Das passt perfekt. 6, 7, 1, 4. Sehr gut. Wir haben hier eine 2. Okay. Oh, jetzt juckt mein Ohr. Leute, die Aufnahme ist verflucht. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ups. So. Oh, Alter, es gibt's nicht. Ah. So, wir haben noch 3 Felder. Das passt hier auch wieder perfekt. Das passt nicht perfekt. Shit. Ups. Ähm. Alter. Oh. Das gibt's nicht. Mein Ohr juckt des Todes. Ah gut, nicht des Todes, aber... Schon doof. 3, 4, zack. 1, 2, 3, okay. Ah, okay. Der fehlte noch. Zack. Äh. Zack. Es ist zu warm, Leute. Ibims am schwitzen. Das ist halt echt schlimm. Alter. Fliegen. Jetzt verpisst euch von mir. Ich mein, das macht der Schweiß natürlich. Ähm. Aber... Nervig ist es trotzdem. Ah, ich glaub... Äh, ich mein, es ist... Halb zwölf. Äh, halb eins. Nachts. Ah, ich glaub, ich geh gleich nochmal duschen, ey. 5, 6, 7... Okay, 8 und 9 fehlen, ne? Das hier oben ist auf jeden Fall die... 2 irgendwie. So. Es kann auch 2 nach oben gehen. So. Mehr geht nicht, ne? Mehr kann ich, glaub ich, nicht wegixen. Mh, das hier muss die 2 sein. Und das hier ist eine 2. Das heißt, hier kommt eine 1 hin. Das heißt, das ist die 9. Ah, Konzentration ist da, würde ich sagen. Logisches darauf schließen, wo was hinkommt. Und auch so halb, auch wenn ich durch den Schweiß, äh, am Sterben bims. Äh, bim. Heißt es dann bims oder heißt es bim? Wenn ich am Sterben bin. Bims. Das ist nicht. Shit. Ich bin ganz schön wieder glücklich. Ich dachte, ich hab... Äh... ... wieder was herausgefunden. Aber nein. Es war wieder mehr Glück als Verstand. Tatsächlich. Mh, die 5 kommt irgendwie hier in einen von den beiden Feldern. Das ist die 1. Das heißt, hier oben oder hier oben ist die 2. Das ist eine 3. Das hier ist auch eine 3. Okay, dann haben wir das schon mal. Ähm, hier die 3 irgendwie. Hier oben haben wir die 2. Und hier haben wir eine 1. Äh, das heißt, hier muss die 1 sein und hier die 3. Äh, das ergibt Sinn, ja. Ähm, das heißt, die 1 muss noch hier... Äh, 3 muss noch da unten. Das heißt, hier muss die 2 hin und die 5. Hm. Dann habe ich hier die 3. Dann habe ich hier die 3 und die 2. Zack. Die 4 hier oben. 2 und 1. 2 und 2. Das ist ein 1. So, jetzt haben wir hier noch 2 1 übrig irgendwie. Das ist ja 2. Hier hinten kommt die 2 rein und das ist fertig. Okay. Das kommt weg. Hier haben wir die 5. Hier haben wir eine 1. Hier unten kommt noch eine 1. Das heißt, die 2 haben wir hier auch. Okay. Und die 3 haben wir hier auch. Das heißt, hier haben wir die 1. Hier eine 1. 3 ist fertig. 1. Äh. Das kommt auch weg. Das heißt, die 1 muss hier sein. Ups. Und hier die 3. 2 haben wir. 1. Und gut, die 2 irgendwie rein. Das ist eine 1. Das ist eine 1. 1. 2. Zack. 1. Und fertig. Äh. Es war eben angenehmer hier, als ich den Part eben aufgenommen habe. Da war das nicht so warm irgendwie tatsächlich. Jetzt ist es gerade echt. Es ist halt, ich bin am sterben. Leute. Ich bin am krepieren. Ups. Nein, das nicht. Äh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, ist das hier auf jeden Fall weg, Xen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Das sind 6, hier ist 7. So. Äh, hier ist die 11. Da hinten ist die 11 schon. Ne, wir können hier sogar noch ein X machen. Tatsächlich. Nice. So. Weg. Weg. Das sind 2, 2, 2, 2, 2, 3. Äh. Hier unten haben wir eine 2. Das hier ist eine 2. Dann haben wir hier noch eine 2. Äh. Hier haben wir auf jeden Fall hier unten eine 1. Hier haben wir auf jeden Fall 2, 2. So viel ist sicher. Ähm. Hier muss die 4 rein. Hier die 2 irgendwie. Äh, hier kommt eine 2. Hier eine 3. 4. Irgendwo, hier kommt eine 1. Ich weiß nicht wo. Hier ist die 9 fertig. Nicht fertig. Einer fehlt. Wie ist das hier noch? Okay. 2 haben wir hier unten. Und die 1. Hier haben wir auch eine 1. Oh, juckt schon wieder. Das ist halt grandios tatsächlich. Äh, 1, 3. Die 3 hier. Und hier muss auf jeden Fall noch einer hin. Wer noch da geht oder noch da, wissen wir nicht. Und das haben wir fertig. Äh, hier kommt noch das hin. Hier haben wir eine 1. Das hier ist eine 2. Äh. 1, 2, 1, 2, 1. Das ist jetzt auf jeden Fall eine 2. Welche wissen wir nicht. 3, zack. 1, 2, zack. 1, 2, 3, 4. Äh, das ist die 8. Und hier unten muss auf jeden Fall so ge-ixt werden. 5, 4, 5. Kein Plan. Das funktioniert. Äh. Äh, die 2. Okay. Unten haben wir eine 1. Das heißt, wir haben hier die 11 fertig. Die 5 haben wir damit auch. Ups. Fertig. Hier unten die 3 haben wir fertig. 1, 3. 1, 2, 3. Das ist eine 2. Und noch eine 1. Die 7 ist hier. Hm. Das könnte ein Part werden, wo wir diesmal nicht so viel schaffen. Weil diese Rätsel gerade schon wieder relativ schwer sind tatsächlich. Also in meinen Augen. Äh, also nicht, nicht über krass. Das braucht schon mehr Konzentration, finde ich. Äh. Das ist gleich wie dort. Hier ist ein 1. Das heißt, hier haben wir die 2. Das heißt, hier haben wir zwei 2 hinweg. Zack. Zack. Äh. Ah, Jens. Äh, hier ist die 4 irgendwie. Das heißt, wir haben hier schon mal 5 von der 8 weg. 6 von der 8. Hier hinten muss die 1 sein, oder? Ja, hier muss die 1 sein. Anders geht das nicht. Jetzt ist das hier oben. Sie 2, okay. Das heißt, hier drin ist irgendwie die 4. Das heißt, es kann nach da oben und nach hier hinten gehen. Dann aber auch noch hier und noch hier hinten gehen. Aber der hier ist auf jeden Fall safe. Das wissen wir. Das kann aber auch hier die beiden noch sein. Ich weiß gar nicht, was wir hier... Achso, ja, hier. Okay. Das kann weg und das kann weg. Wollt das hier wegmachen. Hören wir noch die 4. Irgendwie. Hier haben wir eine 1 und eine 2. 2 noch dort oben. 3. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7. Oh, 7 hatte ich. Oh, ups. Ja gut. Ne? Okay. Sind schon bei 15 Minuten. Was? Loy. Ich will nicht wissen, wie lange das jetzt gerade gebraucht hat. Wo ist jetzt das dritte Rätsel, was wir heute gemacht haben? Am letzten haben wir neun geschafft, glaube ich, ne? Alter, alter, alter. Ist noch eins. Wir haben auch gar nicht so wirklich Glück, was das Dings hier alles angeht, ne? Was die ganzen, oh Gott, Tippzahlen angeht. Das sind zwei Einsen. Hätten sie auch eine Mega-Zwei draus machen können. Ähm. Zweien, zweien. Ach, die Zweien müssen hier rein. Da ist safe. Muss hier definitiv eine 1 kommen. Genau. Hier unten können keine 6 hin. Das sind neun, elf. Zwei Kreuze zwischen. Sind wir bei 13? Ne. Das sind zehn und zwei Kreuze zwischen. Sind wir bei 12. Das passt auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Hätten wir das schon mal. Ach. Mensch. Das ist ein Kackfliegen. Ach, Leute. Dieser Part hier ist verflucht. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist die fünf. Das ist hier die vier. Und das hätte da nicht mehr gepasst. Haben wir hier die Zweien. Das kann weg. Zwei, zack, eins, zack, eins, zack, eins. Das passt. So. Das kommt auf jeden Fall nach da oben. Eins, zwei, drei, vier. Das ist auf jeden Fall hier die vier. Also bis dort mindestens. Das hier ist ne eins. Das ist ne eins. Hier kommt auf jeden Fall die zwei irgendwie hin. Das ist also die drei. Dann haben wir hier die vier. So. Das ist ne drei oder zwei. Und die sechs. Sechs einfällt zu weit. Okay. So. Einsen. Zack. Zack. Hier hinten kann nichts mehr hin. Ja, das ist. Äh. Okay. Irgendwo muss ich ne eins vergessen haben. Hab ich hier ne eins vergessen vielleicht? Shit. Sehen wir am Ende, Leute. Sehen wir am Ende. Hier kommt keine drei auf jeden Fall hin. Die haben wir nämlich hier schon. Okay. Äh. Kommt das hier auf jeden Fall weg. Hier ist die zwei. Hier oben ist ne eins und dann die zwei. Und die sechs ist damit fertig. Und hier die fünf. Zwei. Zwei. Wenn es irgendwo nicht aufgeht, wissen wir Bescheid. Äh. Hier haben wir ne zwei fertig. Okay. Das heißt, hier oben muss die zwei. Die zwei hier oben haben wir ja schon. Oh, hier. Okay. Okay, 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 okay. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich es wieder verkackt habe. Okay, wir dürfen nicht nochmal Fehler machen, Leute. Sonst haben wir bald, äh, kein farbiges Bild. Ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen, ja? Okay, die neun haben wir noch nicht abgeschlossen. Okay, ich wollte gerade sagen. Vielleicht haben wir schon die neun abgeschlossen. Das ist die zwei, die drei. Und die einzelnen. Und jetzt die neun? Ne, haben wir noch nicht. Okay, okay. Oh, ist es denn hier noch blau? Jetzt? Jetzt haben wir neun. Okay. Äh, eins. Hier hinten ist die drei. Hier ist ne vier. Die zwei muss hier sein. Hier haben wir irgendwie ne vier. Eins. Achso, okay, gut. Unten ne eins und hier ne eins. Hier ist nichts mehr, genauso wie hier. Hier haben wir die zwei, okay? Hier haben wir die eins. Hier die zwei. Eins und eins. Zwei. Hier die zwei fertig. Hier kommt nichts mehr hin. Zack, eins, zwei. Zack, eins. Eins, okay. Das passt. Hier muss ne eins sein. Hier und hier. Das heißt, hier haben wir die vier und die zwei. Das kommt weg. Vier. Ah. Hätte ich ne eins vergessen. Achso. Okay. Aber ich das hier wegge-ixt hatte. Ah. Alles klar. Okay, gut. Ach, Leute. Ich, ich, ich sterbe. Es ist zu warm. Es ist zu warm. Viel zu warm. Naja, Leute. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon gar nicht auf diese 20er-Felder hier. Ähm. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Houtch. Derein. 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 Derein.